Ich dachte, den nehm ich auch mal mit. Naja, warum auch nicht. Es kann sogar Lux kommen. Ich stun sie auf meine Ulti raus und ist sie weg. Ich kann auch noch einmal stunnen oder Herzhofer sterben. Ich dachte, den hab ich schon auf Level 4 geskillt. Das ist... Deswegen macht er Ultraschaden. Alter, was dann da mit der für Pilze liegen. Das Gute ist, wir haben noch unseren dicken Basalen. Der kriegt weniger Schaden von Thürmen. Deswegen schaffen wir den auf jeden Fall. Der hat ja die Fähigkeit. Turmschild. Dieser... Äh, dieser Einheit erleidet 50%. Ich kann gleich noch einen Kursivbogen kaufen. Au. Sober aufpassen. Entschuldigung. Jumping all around. Ja, ich hab keinen Mana. Dass der Jump nicht klappt bei mir, ne? Genau in dem Moment kommt eigentlich kein Mana. Ich muss hier mal Stereokussivbogen kaufen. Ja. 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 Ich verabschiede mich mal. Ah. Komm runter, ich hörte ihn. Alle drei, bitte. Ich bin auf dem Weg. Ich hab keinen Mana.